Kapitel 7 Kapitel 7 Kapitel 7 Ich muss sagen, ich habe mir fast schon sowas gedacht, dass der Stab ist und kein echter Dämon. Was ist denn das hier oben bitte? Excalibur oder was? Jetzt nehmen wir erstmal einen Streitkolben und schlagen damit die Waffenschranktür auf. Der Schrank ist zu stabil für den Kolben. Der Schrank ist zu stabil für den Kolben. Genau was ich brauche. Ein Schwert. Dann nimm es dir doch. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Aber vielleicht können wir dieses schöne Langschwert hier als so eine Art Brücke benutzen, um hier oben zur Vitrine zu kommen. Ja, dann nimm ihn dir. Er hängt zu weit oben. Dann nimm ihn dir halt nicht. Dann hol ihn runter. Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Ähm. Kann ich die Schwertscheide hier drauflegen? Die Schwertscheide ist geradezu kurz. Sie reicht nicht bis ans andere Ende. Okay. Ähm. Besser nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. War auch nur ein Versuch. Hier ist eine Ranke. Achso, halt. Warte mal. Da ist eine Ranke. Vielleicht kann ich die mit dem stumpfen Schwert durchtrennen. Und dann damit hier über das Schild hochklettern vielleicht. Die Ranke ist zu kurz. Damit komme ich nicht bis nach oben. Dann bastel dir vielleicht ein... Hm. Nein. Besser nicht. Damit? Mir fehlt die Vision. War ja auch nur ein Versuch. Hier ist ein Schwebekristall. Hier liegt ein Wurfstern. Gegen Dämonen völlig ungeeignet. Können wir damit vielleicht hier vom Schild die Schlaufe lösen? Ich sollte mich von dem Gedanken verabschieden. Ich könnte mit diesem Geschoss irgendetwas treffen. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Hm. Ach Mann. Da hinten trug die Schlacht. Das können wir uns ja mal angucken. Wir sind direkt über der Gorischen Wüste. Die Schlacht ist in vollem Gange. Ich brauche nur noch eine geeignete Waffe. Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Der Schwebekristall. Die Schwebekristalle halten die einzelnen Teile der Festung in der Luft. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Dass wir ja eventuell mit dem Streitkolben zerdeppern können. Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab. Ist ja schon gut, Mädchen. War ja nur ein Gedanke. Wie kriege ich die Waffenschranktür auf? Also die Scheide ist knapp zu kurz. Dann nimm das Schwert. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Äh? Nein. Mit dem Streitkolben kriegen wir den Schild auch nicht von der Wand, ne? Ich sehe keinen Zusammenhang. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht können wir da mit dem Waffenständer hier kaputt schlagen. Oder wir stecken die Waffe da einfach wieder rein. Das ist sinnvoll. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Na hier. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Ach, sag mal. Warum sollte ich... Ach, Mensch. Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Na gut, dann weiß ich jetzt zumindest, was wir tun müssen. Hm. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Und eins an den Schrank. Sie ist fest verschlossen. Und eins an den Schrank. Das andere Ende kommt an den Schrank. Dass sie das nicht einfach automatisch macht. Das ist ärgerlich. So schwer wie möglich. Ja, also der Streitkolben. Der Wurfstern. Für den Stern ist kein Platz vorgesehen. Dann hau ihn ins Holz. Das Langschwert. Die Schwertscheide. Ohne zugehöriges Schwert. Ja, dann nimm das Langschwert nochmal raus. Es ist... Ich brauche... Das weiß ich. Steck's da rein. Hm, macht sie nicht. Na gut. Dann versuchen wir es mal so. Ich könnte ihn ver... Raus. Das Gewicht des Ständers... Aber ich habe... Ich muss sicher gehen. Dass der Ständer so schwer ist wie irgend möglich. Das heißt, ich soll die helle Bade holen. Richtig. Nur wie komme ich da rüber? Der Spalt ist zu weit, um hinüber zu springen. Und die Wand zu hoch, um hinauf zu klettern. Ja, ja. Deswegen hatte ich ja gedacht... Oh, na, Mann. Machst du ja nicht, Mädchen. Wie mache ich das jetzt also? Von hier unten komme ich nicht dran. Das weiß ich. Das weiß ich doch. War ein stupider Versuch. Konnte eigentlich auch nichts werden. Okay, Leute. Ich werde hier ein bisschen rumprobieren. Kurzer Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich will euch hier nämlich wirklich nicht länger aufhalten, als es unbedingt sein muss. Bis gleich. Eine seltsame Konstruktion. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Ja, Leute. Ich habe einfach mal spontanerweise das Langschwert mit dem Wurfstern kombiniert. Und lustigerweise ging das. Und was auch ging, war... Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Den Kolben, den Streitkolben, mit der Schwertscheide zu kombinieren. Und was ich damit jetzt machen kann, ist hier oben den Schild runterzuschneiden. Ja, ich habe das eben alles schon mal probiert und habe dann wieder neu geladen, um euch das zu zeigen. Deswegen geht das jetzt hier so zack, zack. Er ist schwerer, als er aussieht. Denn ich wollte nicht, dass ich jetzt hier eine Sache geschafft habe und dann gleich wieder festhänge. So, jetzt können wir das hier nämlich rüberlegen. Und das auch. Und sichern das Ganze mit dem Schild ab. Und dann geht es nach oben. So, und ab jetzt wieder blind. Die nehmen wir mal mit. Eine Glasvitrine mit einem Schwert. Es sieht sehr, sehr mächtig aus. Das Glas ist zu dick. Klingt wahrscheinlich auch nicht so einfach kaputt, ne? Die helle Bade lässt sich nicht gut genug schwingen. Nee, das ist richtig. Aber... Vielleicht können wir ja jetzt unsere Konstruktion wieder auseinandernehmen. Zumindest so weit, dass wir hier den Kolben wieder rauskriegen. So, damit wir den hier oben schwingen können. Um damit die Vitrine aufzubrechen. Und das alles nur wegen einem doofen sprechenden Stab, ey. Ich baue das Ding vorher auseinander. Und jetzt gibt's ihm. Und jetzt Excalibur. Keine Ahnung, was das für ein Schwert ist. Aber wenn's ein gutes Schwert wäre, dann... Boah. Dann würde es ja wahrscheinlich hier in der Schlacht benutzt werden und nicht in irgendeiner Vitrine vergammeln. So, jetzt aber. Schweres Schwert, ab in den Waffenständer. Äh... Oh, hier, die Schwertscheide ist weg. Langschwert, ab in den Waffenständer. Helle Bade, ab in den Waffenständer. Streitkolben in den Waffenständer. Und die große Frage, kann ich den Schild hier auch aufhängen? Ja, so, und jetzt. Schieb! Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Na, dahin. Da, 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 da. So, und wir können unseren Stab wieder an uns nehmen. Endlich. Scharizat, endlich. Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kazim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihm noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kazim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher Mein Rubin, könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeit-Djins. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Ist eigentlich jemals erklärt worden, wie Kazim eigentlich entkommen ist? Ich meine, der hat da in einem Gefängnis festgesessen und auf einmal war er im Garten des Vergessens. Ich finde, da fehlt irgendwie so ein Zwischenstück. So, wie kommen wir jetzt von hier weg? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Und wenn ich jetzt den Schwäbischkristall deaktiviere? Wecke den Schwäbekristall. Oder so rum. Und los geht's. Ab in die Dämonenschlacht. Eine sehr zurückhaltende Schlacht, zumindest was unseren Anteil hier angeht. Dann gehen wir mal nach oben. Die Festung brennt. Da. Die Schwebekammer ist das Zentrum der Festung. Sie erhält das ganze Gemäuer in der Luft. Wenn Kazim den Hauptkristall unter seine Kontrolle bekommt, hat er mehr Macht als jemals zuvor. Was man mit ein paar Steinchen nicht alles machen kann. Wir sind fast da. Nur, wie kommen wir da rüber? Oh. Hier lang. Okay. Macht Sinn, da nach rechts zu gehen, um oben links wieder rauszukommen. Ach, da hinten strapst sie rum. Da, wo die Dämonen durch die Luft fliegen. Ah. Der Admiral. Och, nö. Nein, das sagtest du schon. Eindeutig. Wir können nur weiter in die Schwebekammer. Det ist ja, Dämonen.